Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute kam das Update 12.6 und damit gab es wieder einige neue Änderungen in Fortnite. Dazu werde ich euch natürlich jetzt alles in diesem Video zusammenfassen. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Es fehlen glaube ich auch nur noch 24 Abonnenten bis zu den 1000. Wäre auf jeden Fall super nice, wenn wir das diese Woche schaffen könnten. Außerdem, ihr werdet kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch auf meinem Twitch-Kanal vorbei, würde mich auf jeden Fall freuen und lasst dort natürlich ein Follow da. Gerade nehme ich das Video auch im Livestream auf, also könnte es sein, dass eventuell manchmal Alerts reinkommen oder so. Ich werde allerdings auch mal unten das Stream-Overlay für das Video ausblenden. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mit den ganzen Änderungen. Als erstes noch eine Änderung, die gestern tatsächlich schon reinkam. Und die seht ihr hier links in der Lobby. Und zwar wurde jetzt die dritte Stage von dem Doomsday-Event aktiviert. Einmal ist jetzt hier eh mal direkt das Rohr. Und zusätzlich ist dann hier auch nochmal so ein Rohr, das hier entlang führt. Und ich glaube, damit sind alle zur Zeit geleakten Stages tatsächlich auch veröffentlicht. Das Live-Event wird es wahrscheinlich in anderthalb Wochen am Samstag geben. Da diese Woche tatsächlich nicht so extrem viele Sachen zu dem Live-Event reinkamen. Ich kann euch ja ein paar Sachen zeigen, die zumindest schon mal drin sind. Unter anderem ist das nämlich das hier. Hier sind ein paar Quests, also die irgendetwas wahrscheinlich mit dem Live-Event zu tun haben. Hier irgendwie ein Narrative Traveller heißt das Ganze. Und dann gibt es eben halt nochmal das hier. Das ist zum Event. Und hier steht eben halt irgendetwas mit Water Exit und Water Impact. Und davon gibt es noch viele Sachen mehr, wo überall Water steht. Mit Swim und alles. Also relativ viele Sachen, die alles irgendetwas mit Wasser zu tun haben. Deshalb könnte es tatsächlich sehr, sehr gut sein, dass das Live-Event irgendetwas mit Wasser dann auch zu tun haben wird. Allerdings würde ich sagen, schauen wir uns erstmal hier die ganzen Sachen in der Lobby an. Zum einen wurde der Dragacorn-Gleiter auch geupdatet. Vorher war es ja so, dass man damit relativ untreffbar war in der Luft. Und jetzt haben die das eben halt ein bisschen geupdatet, dass das ein bisschen fairer ist. Ist auf jeden Fall ganz nice. Wenn ihr den Dragacorn-Gleiter auch gekauft habt, das ist ja dieser Deadpool-Gleiter, dann könnt ihr ihn jetzt auch noch bis zum 19. Juni zurückgeben, falls er euch jetzt nicht mehr gefallen sollte. Ohne dafür irgend so ein Ticket zu verwenden, geht ja auch immer noch, dass man hier hinten irgendwie dann hier Stelle eine Anfrage für Rückgabe macht. Und das kann man allerdings jetzt auch ohne diese Tickets da machen. Ist auf jeden Fall ganz nice. Dann als nächstes haben wir noch ein neues Auswahlmenü. Wenn wir hier drauf schauen, wurde ein bisschen geupdatet in diesem neuen Stil von Fortnite. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus, wie ich finde. Und zusätzlich hier das Meldungs- und Feedbacks-Menü wurde auch geupdatet. Jetzt ebenfalls im neuen Stil. Alles ein bisschen moderner gemacht. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Soweit ist es dann tatsächlich auch schon alles, was hier direkt an Lobby ist. Ich würde sagen, ich zeige euch direkt die ganzen neuen Skins, die wir jetzt haben. Darunter sind es tatsächlich nicht viele. Aber zum einen haben wir hier einmal diese beiden Skins hier, die hoffentlich gleich angezeigt werden. So, auf jeden Fall sind das jetzt diese beiden Skins. Einmal der Renegade Shadow und der Shimmer Specialist. Und ich glaube, gerade der Renegade Shadow wird wahrscheinlich tatsächlich eine gewisse Rolle in dieser Storyline haben. Denn es gibt auch noch eine Loading Screen mit dem. Und zwar sieht der Loading Screen so aus. Hier sehen wir eben mal diesen Renegade Shadow Skin, der hier eben halt The Shark gestürmt hat und dann gegen die ganzen Henchmen fightet. Und das heißt, der wird wahrscheinlich vielleicht irgendetwas damit zu tun haben, dass er versucht, eben halt als Shadow Agent die Agency zu stürmen, The Shark zu stürmen. Eben halt alle Orte, die zur Zeit noch bei Ghost sind, sind hier glaube ich tatsächlich nur noch The Agency und The Shark. Ich glaube, ansonsten ist ja schon so alles bei Shadow, also The Rig ist bei Shadow, die Yacht ist ebenfalls bei Shadow, also Muskelkarte ist ja bei Shadow und The Grotto ist ebenfalls bei Shadow. Also sind es hier nur noch die beiden letzten Orten. Und dazu werden wir auch noch Challenges erhalten, die zu dem Ganzen passen. Und zwar die Storm The Agency Challenges. Und das passt ja auch schon sehr, sehr gut zu dem Ladebildschirm. Hier müssen wir einmal bei der Agency landen, dann 10 Storm Circles überleben, 10 Sturmzyklen einfach. Sollte relativ easy sein. Dann müssen wir noch eine Handlanger geschützte Chest öffnen an Spybasen. Ich weiß immer nicht, ob Spybasen, die sind die, ich glaube das sind die Ghosthäuser, also beispielsweise der, glaube ich, östlich von Weeping Woods. Das müsste, glaube ich, eine Spybase sein. Ich weiß es allerdings nicht ganz genau. Als nächste Challenge haben wir nämlich auch noch, dass wir einen Henchman in Safe Houses killen müssen. Und ich glaube, die Safe Häuser, die sind dann die Shadow Häuser. Also zum Beispiel dieses Shadow House Beta oder so, östlich von Franzi Farm. Ich weiß nicht, wie rum das genau ist, aber auf jeden Fall alles so ein bisschen was mit. Spybasen, Safe Houses, Stürmen. Und dann müssen wir noch über die Hedges in der Agency schwimmen. Ist relativ leicht, muss man einfach nur einmal rüber schwimmen. Easy 40.000 XP. Dafür bekommen wir dann einmal eine Spitzhacke, eine Lackierung und einen Gleiter tatsächlich. Ist auf jeden Fall ganz nice. Ansonsten haben wir, wie gesagt, noch diesen Skin hier. Hat allerdings nichts mit der Storyline zu tun. Wird einfach so in den Shop kommen. Dann haben wir auch noch einen Encrypteten Skin. Der war vorher tatsächlich schon in Gamefiles. Allerdings konnte man sich den immer noch nicht anschauen. So sieht der Ganze aus. Und der Recon Expert hat tatsächlich einen neuen Stil bekommen. Und zwar den Stil hier vorne. Sieht immer noch beschissen aus, der Skin. Allerdings ist das jetzt ganz vielleicht eine Andeutung dafür, dass ein Item Shop zurückkommen könnte. Allerdings, ja, glaube ich es nicht wirklich. Ich glaube, die wollten einfach nur für die Besitzer des Recon Experts nochmal ein weiteres Ziel raushauen. Weiß ich allerdings nicht ganz genau. Letztendlich ist es eben halt, sobald er rauskommt, auch absolut kein besonderer Skin mehr. Und dann wird es auch keinen mehr jucken. Natürlich hat Epic Games diese Woche auch nochmal über alle Neuerungen geschrieben. Eine E-Mail an alle Support-Creator-Code-Besitzer. Demnächst werde ich ja auch dazugehören. Fehlt ja wirklich nicht mehr viel. Und hier schreiben sie immer einmal alles, was neu ist. Einmal hier immer das Spy Games Limited Time Mode. Der wird heute Nachmittag freigeschaltet. Wahrscheinlich wird morgen dazu auch ein Video kommen. Ist tatsächlich ein Modus, der schon seit Anfang der Season geleakt wurde. Also am Anfang der Season gab es den schon als ersten Spiel der Spione-Modus eigentlich in den Gamefiles. Und wurde eben halt seitdem nicht veröffentlicht. Wie gesagt, alles genauere wird es nochmal ein extra Video dazugeben. Dann haben wir hier nochmal erinnert, dass man natürlich die Challenges für den Ghosts und Shadows Ziel machen sollte. Da die natürlich nach der Season verschwinden werden. Die Dynamic Resolution für iOS ist jetzt auch verfügbar. Denk ich mal, ist relativ irrelevant für die meisten. Es gibt auch ein paar Royal-Update. Und zwar sind dort jetzt Grappler und Jetpack vorhanden. Und die kann man jetzt eben halt ebenfalls in diesen Verkaufsautomaten kaufen. Ist auf jeden Fall ganz nice. Und nächste Woche wird es auch nochmal am PC, also wenn man mit Controller am PC spielt, wird es dort auch nochmal weitere Verbesserungen geben. Das Ganze machen die eben halt aber erst nach der FNCS Invitational. Also eben halt erst nächste Woche. Weil es ja zur Zeit so ist, dass eben halt Controller-Spieler wirklich extrem krass Vorteile haben. Und dass Epic Games so langsam auch tatsächlich gesehen hat. Und deshalb wollen wir hier eben halt noch ein paar Anpassungen machen. Das sind so weiter auf jeden Fall die ganzen Sachen. Zusätzlich gibt es natürlich auch nochmal ein paar Updates auf der Map tatsächlich. Und auch noch ein paar geheime Challenges. Dazu würde ich sagen, gehen wir in eine Runde Kampfflau-Bomb mal ganz, ganz schnell rein. Und schauen uns das Ganze dann an. Ansonsten waren es aber tatsächlich soweit alle Änderungen. Es gibt keine weiteren neuen Items im Game. War ja schon in den letzten Wochen so. Also wir hatten ja auch mal eine Pumpgun, die irgendwann geleakt wurde. Ist aber immer noch nicht drin. Vielleicht kommt die in der nächsten Season. Ist ja zur Zeit so eher deren System, dass sie tatsächlich immer zu jeder neuen Season eher die neuen Items reinhauen. als dass sie eben halt das immer zwischen den Seasons machen. Deshalb denke ich mal, dass wir das erst in zwei Wochen alles erhalten werden. Und ja. Ansonsten gibt es wie gesagt noch ein paar kleine Map-Updates. Unter anderem geht natürlich immer noch die Für die Zwerge und Für die Bären Challenge weiter. Letzte Woche hatten wir ja die Challenge, dass wir dort unten die Bären und die Zwerge entwaffen mussten. Also beide Seiten, damit die sich immer nicht gegenseitig bekriegen. Dafür bekamen wir dann eben halt 15.000 EP. Diese Woche gibt es eine neue Challenge und die haben sich natürlich auch verlegt. Und die sind jetzt nämlich an dieser Ecke von Weeping Woods, also etwas südlicher. Dort unten an der Straße befinden sie sich, um genau zu sein. Und die haben sich jetzt versöhnt. Das heißt, die leben jetzt in Frieden, feiern schön und so soll es das sein. Keiner bekriegt sich von denen. Und ja. Das ist auch das Beste, was eigentlich dafür passieren kann. Und wie gesagt, die stehen jetzt dort unten an der Einstelle, wenn ich jetzt mal da hinfliegen kann. Genau, das spawnen sie. Und jetzt muss man da glaube ich einfach einmal nur tanzen und bekommt tatsächlich schon die 15.000 EP. Ich weiß gar nicht, wie das genau ist, ob man ein bestimmtes Emote machen muss. Aber ich glaube, es müsste tatsächlich alles gehen. Also einmal hier einfach tanzen. Und ich glaube, da müsste es passen. Ich hatte es auf jeden Fall gesehen, dass das jemand mit dem Respektiere den Frieden im Emote gemacht hat. Ich finde den allerdings jetzt safe. Immer nicht auf Anhieb. Äh, wo ist er? Äh, egal. Ah, da, genau. Respektiere den Frieden. Damit hat es jemand gemacht. Und damit funktioniert es auf jeden Fall. Allerdings glaube ich auch, dass es mit allen anderen Sachen funktionieren sollte. Als nächstes haben wir dann hier auch noch einen neuen Pilz, der eben halt nicht so aussieht wie die ganzen anderen Pilze. Also normalerweise haben wir ja hier diese Pilze, die man tatsächlich auch konsumieren kann. Und jetzt eben halt hier ein neuer Pilz. Wir hatten glaube ich auch schon mal, als die ersten für die Beeren bzw. für die Zwergen-Challenges reingekommen sind, ähm, eine, äh, eine Challenge in den Gamefiles, die eben halt irgendetwas mit einem Magical Mushroom zu tun hat. Und eventuell wird das jetzt, ähm, damit zusammenhängen. Dort gibt es ja auch irgendwie eine Animation in den Gamefiles, wo die eben halt den Zahnseiden-Emot macht, dieser Pilz. Und der heißt ja irgendwie tatsächlich auch Mushroom Buddy. Also wahrscheinlich wird er auch in den nächsten Wochen oder vielleicht sogar nachher schon um 16. Uhr, wo dann eben halt die ganzen Challenges reinkommen oder eben halt am Donnerstag, wo sonst auch noch vielleicht Challenges reinkommen. Vielleicht wird dort ja noch irgendetwas mit dem Pilz passieren. Allerdings zur Zeit gibt es dort eben halt erstmal nichts. Und dann kommen wir nochmal zur allerletzten Änderung und, äh, da werde ich jetzt auch nochmal ganz, ganz kurz Cut machen. Als letztes Map-Update ist dann hier nochmal dieses kleine Häuschen weiter fortgesetzt worden. Vorher waren ja diese beiden Wände noch nicht da und diese Treppe ebenfalls auch noch nicht da. Und das wurde jetzt alles nochmal hinzugefügt. Wird jetzt wahrscheinlich über die nächsten Wochen, über die nächsten Seasons immer ein bisschen weitergebaut. Und irgendwann werden wir dann hier auch einen schönen großen Turm erhalten. Kisten und Paletten sind natürlich alle noch da. Also soweit hat sich dann eigentlich nicht viel hier geändert. Und das war es dann auch mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.